So und mit dem Level fangen jetzt die Levels an, die wahrscheinlich ein bisschen länger dauern werden, die etwas schwierigeren Levels. Schwierig sind, habe ich jetzt so in Erinnerung. Ups, was war das denn? Okay, komm. So, jetzt von oben. Ist einfacher. Wo? Oh! Äh, das Ding? Stimmt, da war was. Fuck you. Boah, noch einer? Hier war noch einer. Ja, genau. Kommt rein. Scheiße. Gut, okay, die wollte ich jetzt nicht unbedingt gerade erledigen, aber war auch nicht schlimm, dass die erledigt war, von daher. Genau. Ja, manche springen dann, manche springen nicht. Manche springen auch auf meinen Gefühlen drauf rum. Oh Gott, diese Panone, also ich trafte die so sehr. Die werden so verkacken. Ich hab doch gesagt. Mann, ich will auch... Und schon haben wir so ein Schatzes verloren. Das ist das, was ich meinte. Ja. Das heißt, jetzt werden wir wieder nur einen Ball schießen. Wow. So schnell kann es passieren. Ne. Äh, dann müssen wir sich auch wieder mit dem Timing aufpassen, weil wir nicht springen können. Ach, Alter. Komm jetzt. Nein. Boah, Alter. Was war das denn gerade? Alter, wir sind richtig verkackt hier. Bist du noch dran, oder was? Das geht doch. Nein. Nein. Die Mörder. Äh, gut, genau. Lass mich erstmal. Und den komm ich eh nicht dran. Yeah, wir können wieder zackerschießen. Einwohner. Einwohner. Du scheiße. Oh Gott. Mir werden so hart sterben. Und ja, wenn wir sterben, haben wir wieder die ganz kleine Form. Dann ist alles vorbei. Alles, was wir uns jemals erarbeitet haben, ist dann einfach von da hin gegangen. Oh, Alter. Oh, jetzt kommt der erste, etwas schwerere Part. Und die werden so hart verkacken. Oh Gott, Alter. Ich werde so hart verkacken. Für solche Stecken, äh, stellen wir mich echt zu alt. Ganz ehrlich. Alter. Oh! Oh! First Try! Oh, mein Mann, wir werden ja nicht her. Bitte, lass das Level da bis zu Ende sein. Ich schalte das nicht mehr aus. Äh. Ähm. Äh. Fuck you. Nee. Geht nicht. Ich trau mich da jetzt auch grad nicht runter zu gehen. War doch klar. Äh. Wird nichts. Kann ich mal gerne. Hättest mal gerne gewusst, was das Ding da ist. Aber war bestimmt schon wieder so ein super geheimnis 100, äh, 100 Punkte oder dingster bumster. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Nö. In dem Sinne. Schauen wir mit V.